Hi Vincent! Hi Fabi! Hey, ich muss dir was erzählen. Voriges Wochenende war ich auf der neuen Downhill-Strecke am Wurbau. Die ist voll cool und mit meinem neuen Radl kann ich auch viel besser springen. Boah, das Radl ist aber echt cool. Woher hast du mir das Geld? Ich mache eine Lehre als Bürokaufmann. Das ist sicher praktisch. Ich brauche nämlich auch ein neues Radl, aber es ist nicht so leicht, dass ich in den Ferien einen Ferialjob finde. Ich habe sicher 20 Bewerbungen geschrieben, aber ohne Kontakte kommt mir da nirgends ein. Dann fang bei uns an und mache eine Lehre als Bürokaufmann. Ja, das ist eine gute Idee. Oft ist es für Schülerinnen und Schüler nicht leicht, einen Ferialjob für den Sommer zu finden. Als Lehrling hast du dieses Problem nicht. Und kannst deinen Urlaub zum Erholen nützen.